Hallo und willkommen zu GPL Spieltag 21 gegen das Team Code Launcher von Fanmate Let's Play. Das Team-Building-Video sollte gestern online gekommen sein, das heißt, wenn ihr euch für die genauen Sets in meiner Pokémon interessiert, könnt ihr da gerne vorbeigucken. Da wird alles von meinem Team ausführlich erklärt und ja, hier werde ich dann nur aufs Match-Up eingehen. Ich habe auf jeden Fall dabei mein Ordoch, mein Tanatora, mein Voltenzo, mein Skorgler, mein Starmio und mein Victini. Während Tim dabei hat, ein Miltank, ein Megatortox, ein Fiaro, ein Shaman, ein Klevki, also Klavion genau und ein Ravigato. Die größten Threads auf seiner Seite sind eindeutig das Ravigato erstmal, weil das halt ultra gut Druck aufbauen kann. Mein einziger richtiger Switch in Earthquake wäre mein Skorgler, aber das muss Angst vor dem Abschlag haben. Also muss ich auf jeden Fall aufpassen. Ich gehe auch stark davon aus, dass es Choice Scarf ist, einfach weil sich das gegen mein Team unheimlich gut anbietet. Weil ich halt so Mons habe wie mein Voltenzo oder mein Victini, wo Ravigato halt nur auf die Art und Weise gewinnen kann. Und das wird auch die Mons gegen die Ravigato eigentlich gewinnen soll, wenn man sich sein Team mal anguckt. Dann ist ein Problem wahrscheinlich das Miltank, weil ich da jetzt außer mit Toxin oder meinem Voltenzo wahrscheinlich nicht allzu viel, oder Starmie natürlich und einem Burn, wahrscheinlich nicht allzu viel Schaden drauf bekomme. Aber das sollte auf jeden Fall handelbar sein. Ich habe ja glücklicherweise das, genau deswegen Toxin und Voltenzo dabei. Genauso wie Starmie's Skorgler auch auf jeden Fall nicht schaden kann. Ist halt leider ein Victini-Switch in, weil es halt Thickfett als Fähigkeit hat und deswegen der V-Generator nicht mehr so viel Schaden macht. Aber ich habe ja glücklicherweise eine Cap-Wende drauf, also sollte das auf jeden Fall handelbar sein. Was halt auch ein Problem sein könnte mit rein-switchen ist halt das Tur-Talk, weil da habe ich halt auch keinen Switch in. Aber ich kann das halt trotzdem handeln, beispielsweise mit meinem Victini, sobald ich das Tur-Talk ein bisschen geschwächt habe. Oder mit meinem Voltenzo auf jeden Fall. Starmie könnte hin und wieder auch mal was tun. Ist auf jeden Fall handelbar. Fiaro, ich habe ein Grindo-Beere, Barbaricill, also Beerenkräfte-Pflanze wäre das stärkste, was er machen könnte. Und das würde nicht viel machen und danach kann er es halt nur einmal einsetzen. Denn Shaman ist ein Problem, weil ich kein Switch in habe, aber er hat halt auch, ja, er kriegt das Teil halt eigentlich fast nirgends sicher rein. Bössens gegen meinen Tanatora. Bei dem Rest muss er eigentlich immer Angst haben. Bei Ordov muss er Angst mit einem Eisstrahl haben, was ich ja schon mal gebracht habe. Victini kommt da sowieso nicht rein, weil ich habe V-Generator. Gegen Starmie muss er einfach mit einem Eisstrahl haben und gegen Voltenzo vor einer Overheat oder sowas. Also, er kriegt das Teil nicht safe rein, solange kein, solange nicht gerade ein Mon von ihm gestorben ist. Oder kriegt er Chaos of the Prediction hin und, aber ich kriege halt auch keinen Mon dagegen safe rein. Also, muss man auf jeden Fall mal gucken. Klavion ist auf jeden Fall handelbar. Eigentlich kann jedes Mon von mir, das jetzt nicht gerade Ordov heißt, gegen das Teil gewinnen. Also, das sollte absolut kein Problem sein. Und dann hat er auch das Ravigator, was halt ein großes Problem ist. Meine Poké, die wahrscheinlich am stärksten gegen ihn sind, sind erstmal Voltenzo, weil Voltenzo das ganze Team außer Ravigator komplett kaputt macht. Ravigator kann halt auch nicht rein wechseln, weil er halt auch Angst vor einem Signal Beam haben muss. Aber ansonsten gewinnt das Teil halt einfach gegen Manectric. Muss ich auf jeden Fall aufpassen. Dann ist mein Victini noch ein Problem für ihn. Er hat halt nur einen Mil-Tank, was da rein wechselt. Der Rest wird einfach komplett zerstört, also muss er auf jeden Fall aufpassen. Und dann ist Starmie noch ein Problem, weil man hat halt einfach keine Skulls-Visions. Solange du jetzt nicht gar eine Immunität hast, wird er da nicht reinkommen. Und er hat keine Immunität, also wird auch nichts in den Skulls reinkommen. Also, auf jeden Fall cool. Sein einziges Mon, das vielleicht auch in den Skulls reinkommen möchte, ist Shaymin. Aber da muss er auch Angst vor Maisstrahl haben. Also, mal gucken. Und ich würde sagen, gucken wir mal in den Kampf rein, wie das Ganze so abgelaufen ist. Es geht los, wie Pasifani jetzt hier sagen würde. Und wir gucken in den Kampf rein. Er leidet hier auf jeden Fall mit seinem Mil-Tank. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, weil Victini-Lead wäre ultra gefährlich für ihn gewesen, während ich mit meinem Ohr doch geleadet bin, weil ich erstmal gucken wollte, was er vorhat. Und vielleicht so ein hier Fiaro auch als Setup hindern könnte. Ich gebe auf jeden Fall Zugabe auf seinen Tarnstein. Und damit ist das Teil jetzt erstmal relativ nutzlos. Er wird es jetzt rauswechseln müssen, womit ich auch schon 100% gerechnet habe. Es würde ihm einfach nichts bringen, drin zu bleiben. Er geht hier in seinen Shaman. Und ich bin, meine ich, auf mein Victini gegangen. Bolt, okay, Manectric. Ja, genau. Wollte, dass wir die Mega-Wicklung rausbekommen. Gut, dass ich mich fast an diesen Kampf erinnere. Ist ja erst fast zwei Wochen her. Ich kriege hier auf jeden Fall so eine Mega-Wicklung raus. Und kann auf jeden Fall gut Schaden auf das Teil draufbekommen. Er kann mich auf jeden Fall nicht One-Hit-KO'n. Und das ist auf jeden Fall sehr nice für mich. Bodoro kommt hier raus, macht leider absolut keinen Unterschied. Aber ich kriege auf jeden Fall eine Attacke auf das Teil drauf. Ich habe mich hier für den Voltwechsel entschieden. Denn dieser bringt ihn in Range von einer Overheat, glaube ich, von meinem Voltenso. Kein meinem Voltenso, hier Overheat. Tatsächlich weiß ich es gerade nicht. Ich rede einfach durch, damit es nicht so klingt, als lustig hätte ich keine Ahnung, was hier passiert. Und wenn ich weiterrede, dann habt ihr das Gefühl, Ich wüsste, was ich tue. So, ich hole auf jeden Fall meinen Skorgler rein, was hier die Erdkräfte super abfängt. Und selbst der Schocksamen wird nur ca. fast 50% machen. In Anführungsstrichen nur. Ich kann auf jeden Fall eine Kehrtwende raushauen. Kriege damit nochmal ein bisschen Schaden auf das Teil drauf. Und kann dann jetzt wieder auf meinen Voltenso gehen. Und mit einem Signal Beam dieses Teil ultra krass threatenen. Tue ich aber nicht. Ich gehe auf meinen Starmie. Ähm. Aus Gründen. Eisbeam reicht halt auch aus, also absolut kein Problem. Er hat allerdings die Yachi Berry, mit der ich eigentlich nicht gerechnet habe, weil sowas wie beispielsweise eine Ockerberry hat euch für sinnvoller gehalten. Aber er hat hier die Yachi Berry, drückt schocksam und es geht daneben. Ist ultra ekelhaft für ihn. Ähm. Ich bin einfach in Starmie gegangen, weil er hat halt weniger Switches in Starmie als in Manectric. Weil ich bei Manectric keine Angst davor haben muss, dass er, was weiß ich. Leute, ich habe keine Ahnung. Äh. Ich drücke Eisstrahl. Treffe hier das Klavier, was hier reinkommt. Und das nimmt ja absolut keinen Schaden. Er wechselt das hier jetzt einfach raus. Geht in seinen Turtle raus. Ähm. Ich weiß tatsächlich nicht warum, denn ich hatte nicht wirklich einen Grund, meinen Starmie hier rauszuwechseln. Äh. Skold ist auf jeden Fall immer gut. Und ich konnte zwar mit dem Victini gehen, klar. Aber ich kann halt einfach Skold spammen, was halt auch nicht wirklich einen Unterschied macht. Weil den Victini sind es wirklich schön, aber den Skold nicht. Also. Ja. Einfach mal Skold gedrückt. Während er sein Tutok reinholt. Wie gesagt. Ähm. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum er das gemacht hat. Ich gehe auf jeden Fall auf meine Zungi raus. Weil Zungi brauche ich absolut nicht. Bösen es halt, um es in den Earthquake reinzuwechseln. Aber ich dachte mir halt sowieso. Okay. Womit könnt ihr denn jetzt rechnen? Wahrscheinlich kommt das. Ähm. Hier was. Womit könnt ihr jetzt rechnen? Welche Mons habe ich noch? Ähm. Er rechnet wahrscheinlich mit meinem Voitenzo und geht deswegen raus auf sein, ähm. Sein Ravigator. Bin deswegen einfach mal in Zungi gegangen. Kann jetzt. Er schlägt mir jetzt mal mein Item ab und Zungi wird es an den Rocks sterben. Aber ich kann immer mit einer Catmere nochmal Schaden auf Bandit Keith draufhauen. Wodurch eine Ampelleuchte von meinem Voitenzo jetzt auf jeden Fall mehr Schaden macht. Ich entscheide mich hier dafür, in mein Stami zu gehen. Ähm. Weil das halt, ähm, mit einem Skald ihn besiegen könnte. Außerdem wollte ich jetzt erstmal überprüfen. Okay. Ist er jetzt Scarf? Ja oder nein? Ist er irgendwie gechoist? Geh deswegen einfach mal raus auf mein Zungi. Weil wenn er Scarf ist, dann ist er jetzt drin geblieben. Und das zeigt mir jetzt, er ist auf jeden Fall Scarf. Ähm. Holt dann jetzt hier mein Victini rein. V-Create krelt ihn auf jeden Fall. Und jetzt hab ich halt überlegt, drückst du jetzt V-Create. Hab mich dann, meine ich, jetzt für die Kehrtwende entschieden, weil er halt noch das Mil-Tank hat. Mil-Tank kommt auf jeden Fall rein. Und von mir kommt die Kehrtwende genau. Die Sache ist mit Tim, äh, Tim prediktet gerne. Und deswegen, ähm, ja, muss ich hier halt auch mal ein bisschen aufpassen. Äh, und hier meine, sozusagen, Counter-Predicts dagegen machen. Holt jetzt hier mein Starmie rein, weil so ein Burn ist auf jeden Fall nie verkehrt. Und er hat halt wirklich keine Switchins in Starmie. Man hat halt wirklich, man hat halt keine Switchins in so ein Scald. Äh, das ist halt die Sache. Deswegen ist Scald auch so eine tolle Attacke. Krieg hier mein Siedewasser raus und wollen mal gucken, wie viel Schaden er macht. Ist auf jeden Fall ein guter Schaden. Er drückt hier den Body-Slam. Der würd mich allerdings nicht ausknocken, denn ich bin immerhin ein Starmie. Äh, er kriegt hier nicht mal die Paralyse, was für ihn natürlich ultra ungünstig ist. Aber ich find das ganz cool, weil solange ich hier Scald spammen kann, spamm ich auch Scald. Ähm, hab keinen Grund, nicht Scald zu spammen. Also, der Scald-Spam ist hier heute real. Er geht hier in sein, in sein Clefki. Was mir halt relativ egal ist, weil Scald ist halt ein guter Move. Und da krieg ich jetzt noch ein Burn auf das Klimperina hier drauf. Und das ist noch mehr Schaden. Und Schaden auf Clefki ist gut. Tatsächlich. Er aktivierte seine Citro-Beere. Ich hab mir auch schon gedacht, okay, Citro-Beere. Vielleicht wär so was wie eine Ocker-Berry oder sowas. Ocker-Berry die ganze Zeit bei mir, das weiß ich was da. Ähm, auf jeden Fall gäb's wahrscheinlich sinnvollere Varianten als die Citro-Beere. Aber er wird sich schon was dabei gedacht haben. Drück dir Foul-Play und, ja, das tanken wir, weil wir haben halt absolut keinen Angriff. Weil wir brauchen halt auf Scald-Spam keinen Angriff. Ähm, also können wir weiter mit Siede, was er auf ihn draufhauen. Die Sache ist halt, äh, ich kann hier nicht, ich kann hier nicht wirklich das Clefki killen oder meinen Starmie behalten. Also, ich muss den Starmies an der Stelle jetzt schon sterben lassen. Kann hier übrigens noch einen, ähm, ja, meinen Squad auf Klimperina draufbekommen. Und muss jetzt hier einen Mon reinwerfen. Allerdings kriegt er hundertprozentig jetzt einen Stachler raus, was ultra ekelhaft ist. Er drückt hier auf Donnerwelle. Das heißt, er kriegt keinen Stachler raus, je nachdem, was hier passiert. Ähm. Ähm, ich hab Tarnsteine gedrückt. Okay, gut. Ähm, war auf jeden Fall sinnvoll, weil er hat nämlich einen Fiaro. Und deswegen sind Tarnsteine sehr sinnvoll. Müsst ihr wissen. Er kriegt hier auf jeden Fall jetzt seinen safen Stachler raus. Das hätte ich vielleicht verhindern sollen, indem ich ihn einfach kille. Ähm, aber ich bin halt manchmal ein bisschen getardet. Krieg jetzt auf jeden Fall eine Keilklinge raus und Clefki ist damit jetzt besiegt. Das heißt, mehr Spikes kriegt er nicht mehr raus. Er hat wahrscheinlich einfach Ge-Thunder-Wave, weil er sich halt Angst vor dem Shale-Smash hatte. Ja, auf jeden Fall sinnvoller gewesen. Ich hätte halt auch nicht Setup können. Hätte ich eine Shale-Smash auf dem Set gehabt. Äh, er holt jetzt auf jeden Fall seinen Shaman rein. Und auch mit der Grindo-Beer überlebe ich keine Schocksamen. Geh deswegen raus auf Liz. Liz brauche ich am wenigsten. Und, ja. Er drückt sogar Erdkräfte. Das heißt, Liz tankt dann einfach noch einen Shocksamen. Was auf jeden Fall sehr vorteilhaft ist. Weil die Sache mit Shocksamen ist halt, er hätte halt Spide-F-Drops bekommen können. Die sind halt sehr wahrscheinlich. Hier kommt jetzt auch sein Shocksamen. Der macht ultra guten Schaden, aber wir überleben ihn, obwohl es ein Quit ist. Und wir können hier nochmal mit einem Abschlag auf dieses Shaman raufhauen und das Shaman kaputt machen. Damit hat er auch noch einen Shaman-Kill bekommen. Auf jeden Fall cool. Hat es dann nur bekommen, weil... Ähm... Ja, warum eigentlich? Nee, ich laber scheiße. Hört mir nicht zu. Er holt auf jeden Fall hier seinen Milka wieder rein. Während Ordoch hier, meine ich... Auf was gehe ich mit Ordoch auf Abschlag, glaube ich? Gehe ich mit Ordoch auf Abschlag? Nee, ich gehe auf Wunschtraum. Okay. Ähm... Ich wollte anscheinend meinen Ordoch tatsächlich noch ein bisschen aufsparen. Oder mit dem Wunschtraum einen Save-Dipfen etwas bekommen. Konnte tatsächlich sein. Wie gesagt, der Kampf ist fast zwei Wochen her. Ähm... Und ich habe tatsächlich keinen Plan, was ich hier tue. Ich drücke Schutzschild. Okay, gut zu wissen. Genau. Ich kann nämlich gegen das Milktank meinen Ordoch hochheilen. Ich kriege noch mal Tarnstellen raus, was natürlich ekelhaft ist. Aber ich kann gegen dieses Milktank meinen Ordoch nochmal hochheilen. Brauche halt irgendwo den Knock-Off, um das... Äh... Äh... Pfff... Um den Scarf von dem... Vanity Tief runterzuhauen. Er kriegt dann nochmal seine Toxic raus. Und ich kann ihm nochmal auf Wunschtraum gehen. Und kriege damit dann einen Save-Switch in eins meiner Pokémon. Und ich kann mir genau aussuchen, welches. Und ich glaube, ich entscheide mich für meinen Voltenso. Es könnte tatsächlich auch sein, dass ich mich für meinen, äh... Vickini entscheide, wenn ich das... Äh... Wenn ich das Radigator predikte. Ähm... Wollen wir mal sehen, was ich gemacht habe. Er geht auf jeden Fall auf Turtle raus. Sein wundervolles Turtok, was noch nicht in einer Megaform ist. Während ich rausgehe auf... Ich glaube, es ist Manectric. Wenn ich mich nicht irre. Genau. Auf meinen Manectric kann damit jetzt hier, äh... Erstmal den Hazard-Schaden runterheilen. Was auf jeden Fall vorteilhaft ist. Und kann danach, äh... Ein... Eine... Sehr starke Attacke raushauen. Welcher auf jeden Fall allem Schaden zufügen will. Ich entscheide mich hier für die Ampelleuchte, glaube ich. Äh... Einfach, weil ich Angst vor Ravigator hatte. Und ich nicht dachte, dass er hier so einen Todhock einfach, äh... Sterben lassen möchte. Weil es halt noch irgendwie ein bisschen praktisch sein könnte. Falls er seinen Mehtank verliert. Aber, äh... Er bleibt hier drin. Bleibt hier auf jeden Fall safe. Will hier nicht sein Ravigator riskieren. Was eindeutig schlauer ist von ihm. Ich hab auf jeden Fall Ampelleuchte gedrückt. Einfach, weil ich halt wusste, dass er viel prediktet. Auch wenn es manchmal nicht das Nötigste ist. Ähm... Da hatte ich mir, okay, drückst du lieber Ampelleuchte. Ähm... Ja, hat jetzt hier eher gebackfired. Und... Mich, äh... Sehr viel Schaden auf meinem Voltenzo gekostet. Auf jeden Fall kann ich das Tod noch besiegen. Auch wenn Voltenzo jetzt ultra viel Schaden. Davon nur noch mal etwas ultra ekelhaft ist. Ja, bin ich halt selber schuld. Und er kann ja wieder Bandit Keith reinholen. Und kriegt hier wieder einen safen Kill eigentlich. Weil ich hab halt keinen Switch in den Earthquake. Jetzt, da Skorgler schon besiegt ist. Äh... Ich entscheide mich jetzt hier dazu, glaube ich, mein Ohr doch abzuwerfen. Ja. Was vielleicht wieder nicht die schlaueste Idee war. Weil ich brauch halt eigentlich mein Ohr doch, um den Abschlag auf das Teil drauf zu bekommen. Ähm... Ja, ist halt ein bisschen kacke gelaufen. Er kann ja, glaube ich... Ja, drück ich auf Erdbeben. Hab halt, wie gesagt, keinen Switch in der Reihe. Also wäre sowieso was gestorben. Aber Liz war wahrscheinlich nicht der beste Stack an der Stelle. War ein bisschen dämlich. Und... Damit ist Ohr doch jetzt weg. Eigentlich brauche ich halt Ohr doch mit für den Abschlag. Aber das Teil ist immer noch handelbar. Denn es macht nicht genug Schaden, um mein Barbarical zu one-hinden. Das heißt, ich könnte mein Barbarical noch dafür benutzen. Ich kann auch mein Bikini benutzen. Je nachdem, was gerade sinnvoller ist. Ähm... Bikini kommt jetzt auf jeden Fall rein. Nimmt Ultraschaden durch alle Hesads. Und er muss hier wieder rauswechseln. Er weiß, dass es 100% ist, dass es Gas bin. Sonst würde ich nicht mein Bikini da reinhauen. Während er jetzt einfach in seinen Milka gehen kann. Seinen Milktank. Äh... Und der V-Generator wird absolut nichts machen. Ich bin hier an der Stelle, glaube ich, auch für den V-Generator gegangen. Weil ich Angst hatte, dass er die U-Ton predikt und drin bleibt. Äh... V-Generator kommt jetzt auf das Milktank drauf. Milktank nimmt ganz brauchbaren Schaden. Aber es ist einfach nicht genug. Und ich denke jetzt einfach, okay, spammst du einfach deinen V-Create. Äh... Und hoffst, dass er jetzt hier irgendwelche Kacke baut. Oder Toxin drückt oder was weiß ich. Oder wieder zurück auf Abigator wechselt, weil er das im Necklick prediktet. Warum auch immer er das tun sollte. Er wechselt auf jeden Fall raus auf sein... Oder mein Barbarical prediktet. Kann natürlich auch sein. Er wechselt auf jeden Fall raus auf sein Mockingjay. Sein, ähm... Fiaro. Und das stirbt jetzt hier an einem V-Generator von meinem Victini. Äh... Das kann ich sagen, weil das ist ein Fiaro und das hat nicht so viel Bulg. Tatsächlich. Nicht genug, um den V-Generator zu tanken nach Woks. Und... Ja, das war's auf jeden Fall. Für das Fiaro auf seiner Seite. Er kann jetzt allerdings wieder Free in Bandit Keep gehen. Und wenn er Verfolgung hat, kann er die jetzt hier drücken. Muss er nicht mal, weil... Warum sollte er? Es stirbt sowieso alles an einem Earthbreak. Also... Kann er einfach EQ drücken und irgendwas beim Sterben zu sehen. Drückt aber trotzdem auf Verfolgung. Was ich ein bisschen merkwürdig finde tatsächlich. Weil... Wenn er Verfolgung drückt, kann er halt nicht mit dem EQ meinen Bewekel angreifen. In das ich jetzt, meine ich, auch gehe. Ja, genau. Ähm... Die Sache ist halt, Verfolgung killt mein Manectric, weil ich halt vorhin diesen... Ähm... Ähm... Bei Woks und Spikes überlebt mein Bewekel kein Earthbreak mehr, außer er hat irgendwie ganz komisches Angriff im Westen, was ich nicht glaube. Und er muss jetzt hier eigentlich noch seinen Mildtank hacken und kann dann mit seinem Scarf Navigator zweimal Earthbreak drücken und gewinnen. Und er drückt hier tatsächlich... Ähm... Er drückt hier jetzt einfach auf Bodyslam, kann damit mein Bolt besiegen. Ich kann halt nicht mal mit dem Thunderbolt killen, was ziemlich schade ist. Und er kann jetzt eigentlich sogar gegen Bewekel sich wieder hochheilen. Können ja tatsächlich nicht tun und würde halt einfach sogar 1v1 gewinnen. Würde das Ganze halt noch ultra in die Länge ziehen, aber könnte jetzt tatsächlich machen. Ich drücke jetzt hier einfach auf die Kalkklinge. Hab halt keinen Grund, das nicht zu tun. Binge ist halt auch schon auf fast 50%, was mir halt zeigt. Ja, EQ killt mich jetzt halt locker. Hier kommt sein Bodyslam, er haltet sich nicht mal hoch, wird das hier anscheinend nicht lange in die Länge ziehen. Kalkklinge, kommt jetzt vielleicht raus, je nachdem. Er kriegt sogar noch einen Knit. Äh... Ist halt aber komplett egal. Kalkklinge kommt noch raus, kann Milka noch besiegen. Wundervoll, finde ich ja echt toll. Und, ja, Rabigato kann jetzt einfach mit einem Erdbeben mein Barbaracle aus dem Kampf nehmen. Und damit gewinnt Tim 1-0, glaube ich. Hauptsächlich durch, ähm... Ja, der schocksamen Mist war ultra ekelhaft für ihn. Hat mir halt nochmal geholfen, dass ich mein Starmie behalten kann. Ich habe halt echt nicht mit einer Chiroya-Beere gerechnet. Ich verstehe auch nicht wirklich, wofür er die jetzt dabei hatte. Wahrscheinlich einfach, um mein Starmie komplett auseinanderzunehmen. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Auch wenn ich halt, wie gesagt, die Ockerberry gegen Victini wahrscheinlich sinnvoller gehalten hätte. Wobei... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich fand Victini... Ich finde, Victini war gegen ihn ein größerer Thread. Und da hätte er dann lieber, ähm... Eine Ockerberry spielen sollen. Weil er halt das Nilltank hat. Ist es beides auf jeden Fall möglich. Ich habe halt eher mit einer Ockerberry gerechnet. Weil halt auch noch mein Manectric existiert. Und mein Hydragan. Hab halt irgendwo eher mit einer Ockerberry. Oder einer Cobraberry vielleicht sogar. Wegen meinem, ähm... Wegen meinem Datignis. Hätte alles sein können. Aber... Jetzt ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ist natürlich kacke für mich. Ähm... Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.